Servus, der Marc von Business Trovides hier und bei mir ist Patti. 16 Jahre jünger wird bald 17 und wir stecken für ein erstes Kissen, ein baumere Kissen. Wunderbar, gut, dann willkommen, du kennst ja unsere Videos, das heißt, du weißt ein bisschen was wir machen, wie wir es machen und wir starten gleich mal damit, dass wir das anzeigen und das infizieren. Machst du mir die Hose aber auch auf und denk dran, die nächsten Zauberungen wäre es gut, du würdest eher Low-Waist-Hosen tragen, weil die Low-Waist-Hosen halt ein bisschen. Ja, habe ich schon mal bereit. Ja, genau. Für jetzt, für nachher, wenn wir es wirst, dann könntest du es auch einfach offen lassen, eure Mastin schauflogen. So, Arme hängen lassen. Und du bist schüler oder was machst du? Ich mache eine Nerven. Und was für eine Nerven machst du? Zahnarzwang ist ein Rücken und möchte den nächsten Satz im Rückenwalz gehen. Du bist daran? Notfallschweine geht daran. Oh, schön. Ja. Ja. Auch spannender. Aber auch Nerven. Ja. Nuller Ruf. Auch einige Sanitäter konnten uns halt eben speziell auch schätzen, weil sie wissen, wie wir arbeiten. Wir sehen die Tabelle schon ganz schön spannende Geschichten. So, Arme hängen lassen, ganz gerade stehen. So. So. Das passt. Das passt. Oberer Punkt. Unterer Punkt. Yes. Das passt gut. Ich zeige es Ihnen beim Spiel. Rede ich bitte mal vom Spiel. Das ist den Punkt oben. Das ist den Punkt unten. Einfach schön gerade mittig drünen Bauch. Das passt gut durch. Genauso würde ich das ganze machen. Passt das für dich so? Gut. Dann laufst du gerne mal die Mama gratulieren, was du magst. Aber generell ist das eigentlich Agmarte Wiesen. So sollte das sein. So. Dann brauchst du dich gerne noch einen Stuhl wieder oben, meine Liebe. Also du weißt, es piekst kurz. Ich bin ja kein Friseur. Ja. Aber es ist auch ziemlich schlimm. Also wenn du Impfen, Blütabnehmen ausgehst, dann schaffst du auch so ein paar Augenkissing. So. Bitte schon. Kopf hoch, Beine runter. Gut. Hände in den Körper. Los. So. 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 Guti. Los geht's. So. 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 Wie du es verfolgt hast, dein Meister, glaube ich, ist es nicht so schlimm. Na ja, Atemkruppel. Machen wir jetzt eine Beine bei der Oberen ohne oder machen wir die Oberen doch jetzt mit? Ne. Doch mit? Ja. Doch mit? Ja. Und noch ist es ja nicht drin. So. Gut. Schmeißen ganz still und andächtig. Und dritten in den anderen, das war es schlimm. War es schlimm? Gehe. Machen wir gleich. Offensichtlich. Ja. 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 Schon drin. Mhm. Ja. Ja. Super hast du es gemacht, ganz klar. Danke. Ja. Ich mag es ja, wenn man sich dann nicht halt total künstlich reinstrecken, dann das Ganze nicht überschrauben. Ja. Wenn du dich gut fühlst, darfst du es gerne einmal im Spiegel anschauen. Ja. Sehr schön. Ja. Finden alle schön? Ja. So, zeig mal her. Einmal unten, oben, alles glitzernd, alles dran, alles drin, sehr schön. So. Dann erkläre ich dir mal kurz die Pflege noch schnell, dass du immer weißt, was, wie, wo. Das kennst du wahrscheinlich in dir aus meinen Videos, aber ich erkläre es dir nochmal kurz. Er gibt dir auch alles schriftlich mit. Also zuerst sollst du bitte die Hände waschen und desinfizieren. Alles glaube ich klar. Tagsüberbeschmutzigen, Fingernkreis, also nicht hin. Das ist ganz wichtig. In der Arbeit auch gucken, je nachdem was du da hast, dass die nicht genau drauf drücken, dass die halt High oder Low ist, aber nicht genau in den Bereich drücken. Zuerst wirst du die Hände waschen und desinfizieren, dann nimmst du Pondylint Spray. Sprühe oben und unten den Bauchnabel ein, nimm bitte eine Küchenrolle und eine gefeucht, oben und unten ein Piercing. Dann nehmen wir das Pondylint Gel, da reicht ein Tropfen, oben und unten einschmieren, Piercing sanft, bewegen und dann kommt das Gel an den Stichkanal rein. Drei Wochen bitte zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal, selbst sechs Wochen am Stück. Und in sechs Wochen sehen wir uns wieder hier zum Exxon. Okay. Sport, Duschen, Haare waschen, darfst du morgen, Haare färben, mein Kurs ist auch kein Problem. Selbst Schwimmen gehen, entweder wieder Flamin und ein bisschen ins Wasser, oder in Meerwasser darfst du gern tauchen und schwimmen, aber Seen und Flüsse, wie Chlor und auch Chlorwasser will ich drei Wochen lassen. Wenn du einen eigenen Salzwassertool hast, könnte man dann zum Beispiel sogar eine Flüsse auch werden. Entschuldigung, wie lange war das jetzt? Chlorwasser will ich drei Wochen, weil man fahrt und normale Seen und Flüsse zwei Wochen und Salzwassertools oder Meerwasser kann sie da fahren. Gut, danke. Und in sechs Wochen sehen wir uns bitte wieder hier zum Wechsel. Dann kommen wir hin und machen mal einen Schmuck rein, auch einen etwas kürzeren. Und wenn irgendwas ist, bis dahin mal erst ich bin. Achso, danke. War es nicht so schlimm? War es nicht so schlimm? Wollen Sie sich alle? Nein. Würdest du es wieder machen? Ja. Sehr gut. Okay. In diesem Sinne danke dir fürs Kommen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Aber time nach. Da sind bis zum nächsten Mal. D altri. Gibst es gerne!